Apotheke, Apotheke zu St. Martin, Apotheke, Alleluja! Lustig ging es her bei der 15-Jahr-Feier der Aschbacher Apotheke zum Heiligen Martin. Bei Gewinnspielen und Klängen von Sängern des Ensembles Oper rundum war bald beste Stimmung in der beliebten Apotheke, wo man stets auf fachkundigstes Personal trifft. Chefin Magister Birgit Bernreitner war an diesem Tag für die Betreuung der Gäste zuständig und freute sich über den zahlreichen Besuch. Neu ankommende Gäste wurden gesanglich begrüßt und sie waren sichtlich angetan vom klassischen Kunstgenuss. Aber es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch die anfallenden Arbeiten mit Sorgfalt erledigt. Ein buntes Fest einer bunten Mannschaft rund um ihre umtriebige Chefin in einer Apotheke, die noch viele Jahre für das Wohlergehen in der Region sorgen wird. Drei-K,,,w Drei-K,w